Willkommen liebe Modellbahnfreunde beim Modell und Bahn, Ihrem Modell- und Eisenbahnmagazin und schön, dass Sie wieder dabei sind. Zunächst erstmal vielen Dank für die vielen, vielen netten Gespräche und Begegnungen in Leipzig bei der Modellbaumesse sowie auch zu den zahlreichen Kommentaren zu meiner letzten Sendung, dem Urlaubstrip in den Norden der Republik. Da habe ich ja wirklich was angerichtet. Versprochen, da kommt aber sicherlich noch mehr. Aber es hat mir auch persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. So, was steht nun heute auf meinem Fahrplan? Lassen Sie mich es mal so sagen. Ich bin ja, so wie Sie sicherlich alle, im Internet unterwegs, um zu stöbern, was es so alles für die Modellbahn an neuen Sachen gibt und was mir persönlich vielleicht noch fehlt oder was man noch so gebrauchen kann. Aber das kennen Sie ja sicherlich selbst. Ja und was soll ich Ihnen sagen? Ich habe doch tatsächlich was entdeckt, was ich noch nicht kannte. Und dazu noch in der Nähe, um es mal auf Berlinerisch zu sagen, quasi bei mir umme Ecke. BMOW, Berliner Modellwerkstatt, stand da geschrieben. Dem Atelier für Patinierungen, Kleinstserienfertigung, Digitalstützpunkt und Fachwerkstatt sowie einen Online-Modellbahnfachhandel. Die Webseite und der Facebook-Auftritt sieht schon mal sehr ansprechend aus. Und das klingt doch schon mal sehr gut. Ja und neugierig, wie ich nun mal bin, also nix wie hin und umgeschaut bei Mario Bosse, dem Chef der Berliner Modellwerkstatt. Er hat natürlich wie alle anderen Hersteller, ob kleine oder große, auch Herbstneuheiten in petto. Ja und was soll ich Ihnen sagen? Ich habe mir einen Teil davon eingepackt, um es Ihnen heute einfach mal vorzustellen. Es ist natürlich nur ein kleiner Teil. Noch viel mehr zu entdecken gibt es im Shop von Mario Bosse und seiner Berliner Modellbahnwerkstatt. Und die Adressen und Links finden Sie wie immer in der Videobeschreibung. So und nun fangen wir an. Ich habe hier eine Auswahl an Bauelementen dabei aus der Edition Strukturelemente in der Nenngröße 1 zu 87 und 1 zu 120 für den perfekten Anlagenbau mitgebracht. Noch ein Wort zum Material. Es lässt sich besonders leicht bearbeiten, schneiden, sägen, fräsen und so weiter. Ist aus einem speziellen Werkstoff, dazu sage ich dann gleich noch etwas, von Hand und gegossen, kann mit fast allen handelsüblichen Farben und auch Pigmenten nach Wunsch eingefärbt werden. Das Produkt hat, wie man es sieht, feinste Strukturen, ist universell für H0 und TT verwendbar und es bietet natürlich unzählige Möglichkeiten der Verwendung und Gestaltung. Wichtig, selbst bei Bruch kann das Produkt weiterverarbeitet werden. So und jetzt zu den Teilen selbst. Das sind Betonstützmauerteile, natürlich stark verwittert, in den Abmaßen 17,5 x 12 cm. Maststützen aus Beton für Oberleitungsmaste oder ähnliches. Inhalt der Verpackung sind 5 Stück. Trägerabdeckung aus Beton, Betonabdeckung Sims und dahin habe ich Ihnen auch gleich ein paar farblich behandelte Teile als Beispiel ebenfalls mitgebracht. Ja und auch ein Bild, wie es fertig gebaut auch auf Ihrer Anlage aussehen könnte. Also wenn Sie mich fragen, mir gefällt die Palette schon mal ganz gut. Ja und dann habe ich Ihnen noch die Kopfsteinpflasterstraße mitgebracht, die sich ebenfalls schön auf Ihre Anlage integrieren lässt und auch sehr authentisch ausschaut. Dann noch im Maßstab 1 zu 87 und auch wieder 1 zu 120 die DDR-Betonplatten für Straßen, Gewerbeflächen und so weiter. So und jetzt komme ich zu dem großen Geheimnis. Ich hatte ja nun eben mehrfach erwähnt, dass die Teile aus einem speziellen Werkstoff gefertigt wurden. Jetzt nochmal die Begriffsbestimmung zu diesem Werkstoff. Dieser Werkstoff ist also eine spezielle von Berliner Modellwerkstatt in einer langen Testphase ermittelte, entwickelte optimale Mischung aus einem speziellen flüssigen Kunststoff und Modellgips bestehende Gießmasse. So, jetzt wissen Sie Bescheid. Und jetzt, liebe Freunde, komme ich zu drei Neuheiten in Nenngröße H0. Darauf befreue ich mich schon besonders sehr. Und zwar ein PKW Trabant 601 Universal des VW Sachsenring Zwickau Kundendienstfahrzeug. Ich hatte auch mal ein Trabant 601 Kombi, muss man so ganz nebenbei. Jetzt komme ich aber erstmal zu den Modelldetails. Die Karosse ist ausgeführt in Hochglanzlackierung, ist ausgerüstet oder nachgerüstet mit einer hauchdünn-schwarze, flexible Antenne auf dem linken Kotflügel. Die hintere Seitenscheiben und Heckscheibe sind in Wagenfarbe lackiert. Es gibt eine farbige Inneneinrichtung bei dem Auto. Dach ist in Schwarz mit einer alufarbenden Regenrinne ausgeführt. Der Trabant hat schwarz lackierte Außenspiegel, hat alufarbende Lampenringe der Rücklichter, von Hand gefertigte extra angesetzte Nebelschlussleuchte und Rückfahrleuchte auf der hinteren Stoßstange, zwei von Hand gefertigte Nebelscheinwerfer auf der vorderen Stoßstange, hat schwarz lackierte Scheibenwischerarme, schwarz lackierte Einstiegsleisten, farbig abgesetzte Türgriffe, metallik lackierte Radfelgen, von Hand aufgebrachte Beschriftung auf der Fahrer- und Beifahrertür. Uff, sage ich da nur, das ist eine Menge Holz an so einem kleinen Auto. Ja, und da ein Trabant nicht alleine kommt, kommt gleich der zweite hinterher. Ebenfalls ein Trabant 601 Universal Orvo Kundendienst des VEB-Fotochemisches Kombinat Wolfen. Auch hier ein paar Modelldetails. Original Orvo-Logo auf den Türen. Heckklappe mit Aufschrift VEB-Fotochemisches Kombinat Wolfen. Hat ebenfalls eine hauchdünne schwarze flexible Antenne auf der Beifahrerseite. Ebenfalls eine farbige Inneneinrichtung, silberne Regenrinne, silbern lackierte Außenspiegel und silbern lackierte Scheibenwischerarme. Ja, und da zwei Trabanten nicht alleine kommt, nun der dritte im Bunde. Das ist ein Pkw Trabant 601 Universal Isolator Edition. Auch hier meine Beschreibung dazu. Isolator war, wie Sie vielleicht wissen, die gängige Zündkerzenmarke in der DDR. Und da kommt auch dieser Spruch her, damit der Funke überspringt, nimm Isolator zu den Kerzen. Und damit bei Ihnen der Funke auf der Anlage überspringt, gehört er natürlich auch auf Ihre Anlage. So, auch hier eine Beschreibung der Ausführung dieses Fahrzeugs. Zu den Modelldetails. Von Hand aufgebrachte Beschreibung Servicefahrzeug auf der Heckklappe. Hat eine hauchdünne schwarze flexible Antenne auf dem Fahrzeugdach. Besitzt ebenfalls eine farbige Inneneinrichtung. Es ist eine händisch lackierte silberne Regenrinne vorhanden und auch händisch lackierte Außenspiegel. Ebenfalls Handarbeit, lackierte alufarbende Lampenringe der Scheinwerfer, alufarbender lackierter Kühlergrill und von Hand silbern lackierte Scheibenwischerarme. Ebenfalls die farbig abgesetzten Türgriffe, von Hand silbern lackierte Einstiegsleisten, lackierte Radfelgen einzeln und von der Hand eingefärbte Blinker Front und am Heck. Dann eine weitere Herbstneuheit der Berliner Modellbahnwerkstatt. Die Edition Digi ist ein Mikro-Lautsprecher. 12 x 6 x 2,5 mm, 8 Ohm und 1 Watt. Dieser Kleine gesellt sich zu den Brüllwürfeln, doch eigentlich ist er gar nicht klein, er ist schon Mikro und ist dennoch der Kleinste unter den Kleinen. Platzproblem beim Soundnachrüsten durfte es nur noch bei wenigen Modellen geben, denn der Mikro von der Berliner Modellbahnwerkstatt passt sogar in die Arnold TT-Köpf und Arnold N-Köpf. So, hier nochmal zu dem Lautsprecher die entsprechenden Abmaße. Die Form ist rechteckig. Die Maße nochmal, Länge 12 mm, Breite 6 mm und Höhe 2,5 mm. Die Impedanz beträgt 8 Ohm, die Leistung hat 1 Watt. Noch ein Wort zu diesem Mikro-Lautsprecher, denn der wird ganz bewusst ohne Schallkapsel geliefert. Eine Auswahl an Schallkapseln für den Mikro-Lautsprecher. Sie sind als 3D-Druck ab circa Ende November separat erhältlich. Ja, und weiter geht dann Neuheiten, Reigen, die Neuheitenvorstellungen der Berliner Modellbahnwerkstatt mit etwas ganz anderem, nämlich mit der Edition Tafeln und Schilder, denn ohne geht es nicht, wie bei der Großen, natürlich so auch wie auf der kleinen Bahn. Ordnung muss schließlich sein. Ja, und die Tafeln und Schilder werden ebenfalls in der Nenngröße H0 und TT angeboten. Ein paar neuere Schilder, diese sind noch nicht ganz fertig, die müssen noch entsprechend gealtert werden. Diese Schilder sind aber bereits aus der neuen Kollektion des Jahres 2024. Ja, und jetzt, liebe Freunde, komme ich eigentlich zu der Überraschung, auf die ich mich die ganze Sendung lang schon freue. Es ist ein TT-Autotransportwagen HCC RRS 5860 von ARS Altmann AG. Und den gleichen Wagen gibt es auch in Nenngröße 1 zu 87, also sprich für die H0-Bahner. Ja, dieser Autotransportwagen der ARS Altmann AG ist ein Epoche 5 Modell, ein Kleinserienmodell in hochauflösenden 3D-Druck und ich habe die große Freude, Ihnen zumindest die Handmuster schon mal präsentieren zu dürfen und muss auch dazu sagen, sie sind eine limitierte Auflage in H0 wie auch in TT. Das Modell weist feinste Details und scharfe Gravuren auf, hat zahlreiche feinste MS-Ads-Bauteile, hat Leichtlaufpräzisionsradsätze, MS-Achslagerbuchsen, besitzt eine NEM-Kurzkupplungskulisse mit NEM-Kupplungsaufnahme. Das Modell kommt fertig lackiert zu Ihnen nach Hause in gelb-grau und ist natürlich auch beschriftet. Außerdem liegen noch einige Zugrustteile bei, die dann von selbst von Ihnen angebracht werden können. Und wie gesagt, dieses Modell gibt es in H0 und TT und ist in limitierter Auflage zu erhalten. Die Beschreibung und auch die Bestellmodi finden Sie natürlich dann auch auf der Webseite vom Berliner Modellwerkstatt. So und jetzt zum Ende meiner kleinen Neuheitenpräsentation noch ein Blick auf die Alterungen an Fahrzeugen, denn das ist ja eine Spezialität der Berliner Modellwerkstatt. Ich habe hier noch ein paar Beispiele, die ich Ihnen gerne zeigen möchte. Ja, sieht das nicht verblüffend echt aus? Mehr Fahrzeuge gibt es natürlich auch auf der Webseite zu sehen. Ja, und wenn Sie selbst ein Fahrzeug haben, was gealtert werden soll und Sie sich nicht recht rantrauen, können Sie sich vertrauensvoll an Mario Bosse wenden. Er hilft Ihnen garantiert weiter. So und jetzt noch ein kleiner Hinweis. Wenn Sie Fragen zu den Produkten der Berliner Modellwerkstatt haben, sollten bitte diese nur per E-Mail an die Berliner Modellwerkstatt gerichtet werden. Das hat einen ganz einfachen Grund. Mario Bosse ist quasi ein Ein-Mann-Betrieb und damit er tagsüber in Ruhe seine Aufträge abarbeiten kann, bittet er darum, Anfragen, Wünsche und so weiter wirklich nur per E-Mail an ihn zu richten. Auch diese Adressen finden Sie unten in der Videobeschreibung. Und die Mails werden natürlich in der Regel innerhalb von 24 Stunden auch beantwortet. Ich glaube, damit kann man auch ganz gut leben. So, und das war's dann wieder für heute mit dem Magazin Modell und Bahn und der Neuheitenpräsentation einer kleinen Modellbahnmanufaktur der Berliner Modellwerkstatt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und es war das ein oder andere dabei, was Ihr Interesse geweckt hat. Schauen Sie sich ruhig auf der Webseite mal um. Die Links dazu, wie gesagt, finden Sie in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, machen Sie es gut bis zum nächsten Mal auf gleicher Welle und Kanal, Ihr Frank Buttig. Ja, ach so, und nicht vergessen, hoch die Hände, Wochenende, ran an die Modellbahn. Tschüss. Tschüss. Tschüss.